willkommen zurück meine damen und herren grüße sie aller herzlichst einer neuen folge ich hoffe ihnen gehts gut einen wundervollen tag und ja schön dass wir wiedersehen heute möchte ich auf jeden fall heute wollen wir auf jeden fall hier noch ein bisschen holz farmen und ich glaube vier stacks volks waren das ist insgesamt ich brauche ja ich kann hier noch ein paar planks einsetzen damit ich hier im wald eventuell hier neu bepflanzen kann als nächstes ziel hätte ich dann eventuell mein nether gehen vielleicht fettbomben dafür habe ich ja schon ein bisschen bisschen wolle geholt weil ich ungerne ewig brauche um ein bisschen netherred zu finden aber ich bei meinem glück dass ich ab und immer habe also natürlich auch gut sein einfach so kein netherred finden wäre dann könnten wir auch theoretisch ins end aber würde sich theoretisch dann anbieten wenn ich müssen alternativ könnte ich natürlich auch nochmal diaz farme aber das ist halt auch boring as fuck weil ich eigentlich nur nach einer grünen höhle suchen würde und dann einfach mal gucken würde was geht mal hoffen dass es mal ein bisschen reicht und ich nicht richtig ich brauche jetzt jedes jeden einzelnen holzstamm fünfzehn hinten nicht eins zwei drei fast viele aber warte ich habe ja noch ein paar sticks in der kiste so hoffen wir dass es damit reicht dann schon mal auf den rückblick ein paar neue bäume pflanzen wir sind natürlich erstmal so kacke einfach ein bisschen mehr essen kriegen ja ich glaube ich werde meine sitzlinge nie los jeder baum glaube ich so drei bis vier sitzlinge droppt jetzt erzählte jetzt einfach hier so peter fahren wir mal zum dorf zurück damit wir auf ganz entspannter das ähm äh jetzt nochmal ein guter spot und nein du bist jetzt mit mir trainen du willst und nicht eins 2 d 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 weil ich keine Ahnung, dass ich Pfeile hier rein mache, nehme ich mir erst mal die Anpass mal rechte. Immer noch Bock. Ich würde mich natürlich so sehr gerne Stöcker machen. Ich gebe mir einen Stöcker, das ist völlig. Ähm, würde ich die nicht gerne. Nächste. Ha. 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 Der K. Ach das. Ja. Hm. Hm. Ha. Der K. 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 Aber macht ja nix, mach das. So, jetzt mal ab. So, dann können wir hier kurz ein bisschen Kills holen, I guess. Hetherrack. Okay. So, jetzt kommen wir weiter. ist wichtig sehr schön hatte aber auch relativ viel glück ich habe schon öfteren ein paar minuten gebraucht um bei der freierstellung zu bringen nein 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 habe ich ein bisschen angeflogen doch wo war denn der kollege der noch kein wir wollen wenn er nicht so sein was in den beruf ein bisschen schmackhaft so erwarte ich finde den tisch schön habe ich dir sogar eine schöne guter hier na komm guck mal großzügig na lauf mal rein guckst du dir erstmal an ich glaube gar nicht so schlecht hey hallo ich glaube ich man geht ihn wohl auch nicht zwingen dazu da hat siehst du nicht mehr Tief Maul. Erik. Noch mal zwölf, gell? Oh, warum? Ja. Hier runter, mit dem Feuch. Ha? Ach guck mal. Ha? Das freu dich erst mal. Ey. Ich dachte schon, jemand hat wieder mein Bad geklaut. Verzeiht mir. Ganz entspannt. Bei dem... Oh, Wahnsinn. Abbrauchst du doch nicht, oder? Nein. Gut. Hat er aber wieder perfekt funktioniert. Wenn er dich dann wenigstens öfter mal refreshed, habe ich auch gut. Kann ich ihn vielleicht nachts wieder... ...locken. In seine Hütte. So, wo sind denn die ganzen Kollegen hier? ... 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 37 mensch winter hatte ich schon mal besser preis über dir unglaublich immer so von meinen meinen tollen steckern hier geschwärmt jetzt mittlerweile nichts erst mal dann werde ich ich werde hier in der nähe einfach mal eine neue base bauen wer ewig bis oben gehen wir erst mal auf den berg drauf und gucken wir mal vielleicht ist die aussicht ja ganz gut die bienen denn da oben ist auch gar nichts ist schon ziemlich cool so eine base so nochmal höher zu kommen ja hier ist noch eine spalte ok ok natürlich ein weiter weg nach oben aber ja könnte man theoretisch diese ich glaube ich den baum hier erstmal entfernen per hand das ist um durchspielen von minecraft immer deutlich praktischer man darf in der nähe hat einfach nur damit man immer die möglichkeit hat auch zufrieden und alles werde ich wahrscheinlich nächste folge oder ich kann auch schon das ist essen brauche ich auf jeden fall noch und kann hier bleiben also habe ich einen platz unten ist ja noch unten in der kiste bei einem dorfbewohner ja noch ein bisschen loot würde ich dann glaube ich später kohlen was 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 ruhig gehen können na gut, ähm bei minus 500 geht ja eigentlich nicht in die richtung nein, jetzt warte ich das ist mein Schild glaub ich warte ich sollte hier mal meinen screenshot machen, damit ich auch weiß wo ich wieder zurückgehe oder zurück gehen muss ganz wichtig anders in allem hätte ich gerne nicht mehr okay können wir die aufnahmen ab ich kann euch das glaube ich auch ersparen also ich würde dann hier einfach die aufnahmen beenden und ich glaube das steht noch einfach äh klein drüber ich hab wieso kein großes durch ähm naja dann sehen wir uns in der nächsten folge wieder ich hoffe es hat euch gefallen wenn ja könnt ihr gerne eine positive bewertung da lassen falls ihr solche videos nicht mehr verpassen wollt könnt ihr auch gerne ein abo da lassen wir sehen uns in der nächsten folge wieder bis dann und ciao 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 und ciao